Hallo Udo, ich wollte nur sagen, hast du ja mit dem Tatort, mit der Frau Furtwängler, hast du echt gut gemacht. Also ich fand's gut, der Auftritt war sehr solide und danach kam ja noch hier so eine Doku über die Spätabend. Ey Udo, ich fand es gut, war sehr schön gemacht, ehrlich Udo, sehr lobenswert, so bist du halt. Und jetzt singe ich dir deshalb dieses schöne Lied. Hör genau zu. Rätne mit Nutz ihrer Stegretjof, Njarejongott. Du hast es bestimmt erkannt an der Melodie. Der Text war rückwärts, der Rest war wunderbar. Ich hab euch alle lieb. Ich schlaft gut, tschüss.